Das ist jetzt der Staubsaugermotor. Einer von zwei. Ich habe jetzt zwei. Und hier habe ich mein Netzgerät. Das schließe ich jetzt einmal an. Und ich weiß nicht, ob man schon hört, aber er dreht sich schon ein bisschen. Das ist jetzt ab 4 Volt. Da zieht er jetzt 1 A, also 4 Watt. Jetzt drehen wir das mal hoch. Ja, da war irgendwo ein Wackelkontakt kurz. Aber so, aber es funktioniert. Das ist jetzt ein Wackelkontakt. Das ist jetzt ein Wackelkontakt.